Sitzt du vor dem Bildschirm und musst einen Text schreiben? Will es nicht richtig flutschen und du weißt nicht, wie du beginnen sollst? Wie du Struktur in deine Gedanken und Inhalte bringen sollst? Texten für YouTube kann herausfordernd sein, denn du schreibst einen Text, der nicht gelesen, sondern gehört wird. Deshalb muss man ihn anders aufbauen. Wie, das erzähle ich dir heute und am Schluss habe ich wie immer ein Angebot für dich. Also dranbleiben! Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Martin, dein Experte für YouTube-Marketing und YouTube-Gestaltung für deinen Unternehmenskanal. Heute zeige ich dir, wie du Texte für YouTube-Videos schreibst, ob es jetzt eine Moderation ist oder der Text für einen Beitrag. Los geht's! In der Schule lernen wir, uns möglichst kompliziert auszudrücken. Schließlich soll man uns ja für intelligent halten. Lange Sätze mit vielen Nebensätzen, Fremdworten und Fachbegriffen sind da natürlich hilfreich. Das kann man ja nur, wenn man gescheit ist. Außerdem schreiben wir hauptsächlich Texte fürs Lesen. Und die haben einen ganz großen Vorteil. Ich kann sie wieder von vorn anfangen, wenn ich in der Mitte des Satzes vergessen habe, worum es geht. Bei einem Video geht das zwar auch, aber kaum jemand macht sich die Mühe, dauernd zurückzuspringen, wenn er oder sie etwas nicht verstanden hat. Und damit sind wir bei der wichtigsten Eigenschaft, die ein Text für ein YouTube-Video haben muss. Er muss verständlich sein. Egal, ob du den Text für deine Moderation schreibst oder einen Text für deine YouTube-Unternehmensreportage. Ich hab's am liebsten, wenn Menschen Aha-Erlebnisse haben, während sie meine Videos sehen. Wenn dieses Video zu Ende ist und du das Gefühl hast, etwas gelernt zu haben und dich jetzt besser auszukennen, wenn du womöglich das Gefühl hast, etwas verstanden zu haben, das du schon lange wissen wolltest, dann macht dich das glücklich. Und wenn du glücklich bist, dann bin ich es auch. Egal, ob du deinen Text für eine Moderation vor der Kamera schreibst, so wie diese hier, oder ob dein Text aus dem Off die Bilder einer Reportage begleiten und stützen soll. Der Text ist auf jeden Fall für das Hören geschrieben und nicht für das Lesen. Deshalb sind ein paar Punkte wichtig. Erstens, kurze Sätze. Keine langen Sätze, keine Nebensätze, keine in sich verschachtelten Inhalte und Seitenaspekte, die man mittendrin abhandelt. Ein Text für dein YouTube-Video muss kurz und prägnant sein und du solltest ihn rhetorisch aufbauen. Rhetorisch heißt für das Sprechen, also in Sinnschritten. Wenn du jemandem etwas erzählst, dann baust du kleine Inhaltsinseln. Erst wenn ein Inhalt abgeschlossen ist, beginnst du mit dem nächsten. Und so sollte auch der Text für deine YouTube-Reportage oder deine YouTube-Moderation sein. Ein Aspekt oder Inhalt nach dem anderen. Am besten, sie bauen logisch aufeinander auf. Dann hast du Sinnschritte gemacht, also dein Publikum an der Hand genommen und durch dein Video begleitet. Das Bild hat immer Vorrang vor dem gesprochenen Text. Wenn du von einem Haus sprichst, sollte ein Haus im Bild sein und kein Baum. Das wäre eine Bild-Textschere. Das heißt, in deiner YouTube-Reportage gehen Bild und Text auseinander. Aber nehmen wir an, du machst ein Talking-Head-Video, also einen Film wie diesen hier. Das einzige Bild, das man sieht, ist ein sprechender Mensch. Wie muss ich also sprechen, damit ich dem Bild-Medium gerecht werde? Richtig, bildhaft. Aber wie spricht man bildhaft? Indem man etwas beschreibt oder eine Geschichte erzählt. Also eine Anekdote zum Beispiel. Leider habe ich für Anekdoten heute keine Zeit. Fangen wir doch mal mit dem Beginn deines Textes an. Der Einstieg in dein Video sollte immer situativ sein und direkt ins Thema führen. Keine langwierigen Einleitungen, keine Vorstellungen. Am Anfang sollte das Thema stehen oder ein Satz, der mich aufs Thema neugierig macht. Wenn Seherinnen und Seher nicht nach den ersten 10 Sekunden deiner Unternehmensreportage oder deiner YouTube-Moderation wissen, was du ihnen erzählen willst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, sie zu verlieren, ausgesprochen hoch. Und nicht jedes Thema eignet sich für einen YouTube-Film. Je komplexer die Zusammenhänge, je mehr du an Vorgeschichte und Details brauchst, um das Ganze zu verstehen, desto schwieriger ist es, ein Thema als Film umzusetzen. Themen, die gut geeignet sind, um Filme daraus zu machen, sind emotional. Zum Beispiel das Thema, wie schreibe ich einen Text für YouTube. Und dann solltest du noch pointieren, das heißt, die Hauptaussagen in Sätzen nach hinten legen und immer wieder auf Texthöhepunkte hinarbeiten. Auch Plotpoints sind gut, also Wendepunkte, die für Überraschung sorgen. Und zur Orientierung kann man auch immer wieder mal vorgreifen und einen Ausblick geben, was noch kommt. Am Schluss empfiehlt sich ein Resümee, also eine Zusammenfassung, die womöglich auch bewertet. Oder eine ganz besondere Information, die du dir für den Schluss deiner Reportage oder deiner Moderation aufgehoben hast. Und natürlich ein Appell an dein Publikum. Die ganz besondere Information, die ich mir für dich aufgehoben habe, meine Videoagentur News & Video unterstützt dich, wenn du Filme machen und sie verbreiten möchtest. Und natürlich schreiben wir auch perfekte Texte. Melde dich doch einfach. Dass du dich melden sollst, war zwar schon ein Appell, aber ich hab noch einen. Lass mir einen Kommentar oder ein Like da. Abonniere unseren Kanal, um keine wertvollen Tipps rund um YouTube-Marketing zu verpassen. Und schau dir gleich unser nächstes Video an. Die schlimmsten Fehler in deinem YouTube-Text. Bis dahin, bleib dran und viel Erfolg. Bis dahin, bleib dran und viel Erfolg.